Hallo, mein Name ist Anna Gabelszik. Ich bin Antirassismus-Beraterin, Autorin, Performerin und Regisseurin. Alle meine künstlerischen Arbeiten konzentrieren sich auf Antirassismus und stellen People of Color in den Mittelpunkt. Heute werde ich kurz auf Begriffe wie Ethnizität, Kultur, Rassismus, Weißsein und People of Color eingehen. Der Begriff der ethnischen Zugehörigkeit steht nicht direkt im Mittelpunkt meiner Arbeit, aber er spielt indirekt eine Rolle. Rassismus kann auch ohne Kenntnis der ethnischen Zugehörigkeit einer Person auftreten. Es gibt aber dennoch Rassismus aufgrund der rassistischen Zuschreibung und der zugeschriebenen Ethnizität. Wir müssen jedoch vorsichtig sein und anerkennen, dass die rassistische Zuschreibung eines Menschen von seiner ethnischen Zugehörigkeit getrennt sein kann. Menschen haben Annahmen und Assoziationen zur Kultur, genau wie sie es mit der ethnischen Zugehörigkeit tun. Kultur ist ein Wort, das ständig verwendet wird. Wenn wir zum Beispiel eine Gesellschaft als multikulturell bezeichnen, bedeutet dies in der Regel, dass viele verschiedene Kulturen mit ihren jeweiligen Normen, Werten, Sprachen und Lebensweisen vorhanden sind. Was mich interessiert, ist die Interaktion oder Nichtinteraktion zwischen Kulturen, die Hierarchisierung bestimmter Kulturen gegenüber anderen und die Art und Weise, wie Menschen Kultur und Ethnizität zugeschrieben wird. Kultur und ihre Elemente können rassifiziert werden und somit mit negativen Annahmen und Assoziationen belegt werden. Und wenn Kultur rassifiziert wird, wird die Kultur, die jemandem zugeschrieben wird, ja auch zu einer unabänderlichen Natureigenschaft dieser Person gemacht. Mit meiner Arbeit möchte ich diesen Fragen stellen und entgegenwirken. Ich verwende Begriffe wie People of Color und Whiteness, Weißsein, um auf die Rolle einzugehen, die Race, rassistische Zuschreibungen und angenommene Identitäten für unsere Lebenswirklichkeit spielen. Diese Begriffe können mit der ethnischen Zugehörigkeit in Verbindung gebracht werden, da die ethnische Zugehörigkeit und Kultur einer Person ständig aus den im Vorfeld gemachten rassistischen Zuschreibungen abgeleitet werden. Mit der Verwendung dieser Begriffe kann auch begriffen werden, dass die Gesellschaft, in der wir leben, das Weißsein unverhältnismäßig stark begünstigt. Weißsein ist ein rassistisches soziales Verhältnis, das in nahezu alle Lebensbereiche ausstrahlt. Es ist ein rassistisches Konstrukt, das sich nicht nur auf die Hautfarbe einer Person bezieht, sondern weit mehr als das umfasst. Es kann sich auf die Hautfarbe von Menschen beziehen, auf den Farbton ihrer Haut, die Sprachen, die sie sprechen, das Land, aus dem sie kommen, ihre Religion, das Essen, das sie essen, die Musik, die sie hören. Es funktioniert wie ein System und ist so komplex wie eines. Weißsein ist ein großer Überbegriff, der rassistische Zuschreibungen, Ethnizität und Kultur umfasst. Auch der Begriff People of Color umfasst all diese Dinge. Um die analytische Kraft dieser Begriffe zu verstehen, ist es auch wichtig, die Funktion von weiser Vorherrschaft als Verlaufsform kapitalistischer Herrschaft anzuerkennen. Der Begriff People of Color ist in vielerlei Hinsicht eine Antwort auf das System der Weißen Vorherrschaft und wird verwendet, um die Solidarität zwischen People of Color auszudrücken. Der Begriff an sich wird bereits seit etwa 200 Jahren verwendet. In seiner heutigen Verwendung als dezidiert kritischer und ermächtigender Begriff tauchte er erstmals 1977 bei der Nationalen Frauenkonferenz in Washington, D.C. auf. Auf dieser Konferenz wurde der Begriff Women of Color von einer Gruppe namens Black Women's Agenda geprägt, um andere Women of Color, das heißt andere Frauen, die als nicht weiß wahrgenommen werden, einzubeziehen, um ähnliche Kämpfe zu vereinen und durch den Zusammenschluss stärker zu werden. Ich verweise dabei insbesondere auf Loretta Stone, die bei dieser Konferenz anwesend war und bis heute über diese Erfahrung spricht. Wichtig ist jedoch, dass die Anwendung von Begriffen wie Weiß und People of Color auf konkrete Personen die ethnische Zugehörigkeit und kulturelle Faktoren zwar einbeziehen kann, aber nicht unbedingt muss. Wenn wir über Menschen und nicht über Systeme sprechen, beziehen wir uns darauf, wie Menschen auf einer relativ oberflächlichen Ebene wahrgenommen werden. Weiß sein und People of Color sollten nicht als Begriffe verstanden werden, die eine Binarität bilden, sondern vielmehr als Begriffe, die uns helfen, die Machtdynamiken und Widersprüche in einer von weißer Vorherrschaft geprägten Gesellschaft zu erkennen, anzuerkennen und perspektivisch aufzuheben. Wie ich bereits sagte, haben Menschen Annahmen und Assoziationen über Kultur, genau wie sie diese auch über Ethnizität haben. In einer weißen, rassistisch geprägten Gesellschaft können diese Annahmen und Assoziationen entsprechend kontextualisiert werden. Welche Kulturen als wertvoll, zivilisiert und wichtig gelten, wird oft durch die Nähe zu Weißsein, Eurozentrismus und westlichen Werten bestimmt. Dies geschieht nicht immer bewusst oder böswillig. Das Konstrukt Weißsein ist in einem solchen Maß ins kollektive Bewusstsein von Gesellschaften eingebrannt, dass es eben nicht als falsches Bewusstsein, sondern als Norm wahrgenommen und erfahren wird. Von den PrivilegieninhaberInnen, aber auch von den Betroffenen. Als jemand, der politisch im und kreativen Bereich arbeitet, verstehe ich mich als Teil eines universellen, emanzipatorischen Projektes. Die Marginalisierung künstlerischer und kultureller Praktiken, die nicht den eurozentrischen, westlichen Werten und Weißsein als sozialem Konstrukt entsprechen, soll im Rahmen meiner Arbeit aufgezeigt, entlarvt und aufgearbeitet werden. Meine Hauptziele mit meiner Arbeit sind die Stärkung von People of Color, die Bewusstseinsbildung für Rassismus und Marginalisierung, die Umverteilung von Zeit, Energie und Ressourcen, die Kunst- und Kulturschaffenden of Color zur Verfügung gestellt werden, sowie die Wertschätzung und Unterstützung aller Arten von emanzipatorischen sowie kritischen künstlerischen und kulturellen Praktiken. Kulturschaffenden